Als Tiny Dancer? Viel. Dann flog meine Tarnung auf und damit gab's keine Firmen-E-Mails mehr. Aufruf zum Überlaufen direkt vor Ames' Nase. Schön. Das Ziel ist, Ames' Energieknotenpunkt dort zu kappen, damit die Wissenschaftler den Blackout zur Flucht nutzen können. Haben diese Wissenschaftler etwas mit dem A-Day zu tun? Sie waren in dem Labor von Tarkin, das das Terrigene. Ich glaube, Sie wollten wegen Ihrer Schuldgefühle überlaufen. Okay, da ist die Knotenpunktanlage. Um einzukommen, brauchen Sie Hilfe von Jarvis. Miss Romanoff, die Anlage ist mit lokalen Sicherheitsprotokollen abgeriegelt. Um die Türen zu deaktivieren, muss ich Ihren Transponder in der Nähe eines Netzwerkknotens benutzen. Hingehen, beim nächsten Mal. Verstanden. Sie müssen in der Nähe des Knotens bleiben und die A-Truppen vertreiben, sonst unterbrechen Sie mich. So was gemacht! Nur eine Fleischwunde! Ich weiß nie, ob Sie leise oder laut vorgehen. Ich meine Bein auf. Wer? Zurück auf den Bein! Die Türen der Anlage sind fast entriegelt. Bleiben Sie bitte in der Nähe des Knotens. Kein Problem. Alle anderen. Die Türen der Anlage sind fast entriegelt. Ange Sie mich? Die Türen der Anlage sind fast entriegelt. Das war's für heute. Geschafft. Die Türen sind entriegelt. Gut. Ich gehe rein und zerstöre den Energieknotenpunkt. Versucht's bloß! Hat jemand mitgezählt? Ich glaube, ich bin in Führung! Dr. Forsen, hören Sie mich? Ich starte gleich das Ablenkungsmanöver. Wir hören Sie, Widow. Wie ist Ihr Status? Nervös, aber wir brechen auf, sobald Sie Ames Aufmerksamkeit haben. Machen Sie sich startbereit. Afton! Die Zerstörung aller vier Turbinen schaltet den Knotenpunkt ab und weckt Ames Aufmerksamkeit. Und schicken Sie bitte die Avenger-Verstärkung. Hill, sobald ich loslege, wird die ganze Basis auf mich losgehen. Mein Job ist der Jet. Sie bleiben einfach am Leben. Okay, Dr. Forsen, bereit? Wir sollten jetzt wirklich gehen. Wir sind überall Aim-Truppen. Wir werden nur die Triebwerke vor. Wir werden nur die Triebwerke vor. Wir werden nur die Triebwerke vor. Wir ver Ollerungen. Bwww, diese Triebwerke vor. Strom abgeschaltet. Forsen, warten Sie 30 Sekunden bis zum Start. Wir verschwinden jetzt von hier. Wir verschwinden! Verdammt! Forsen, alles in Ordnung? Sie antworten nicht. Gehen Sie rauf. Sie haben uns erfasst! Sie werden gleich abgeschossen. Verdammt! Ich brauche Ihre letzten Koordinaten, Hill. Ich arbeite daran. Moment. Ich bin in Ordnung. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Festhalten für Notlandung. Hill, zwei Klicks. Aime-Einheiten unterwegs zur berechneten Absturzstelle. In der Nähe ihrer Position befindet sich eine besondere Feindeinheit. Sie hinterlässt vielleicht etwas Nützliches, wenn sie besiegt wird. Wir, wir haben es geschafft. Wir leben. Sind Sie in der Nähe? Sind Sie unterwegs? Jetzt sind Sie unterwegs. Hat jemand mitgezählt? Ich glaube, ich bin in Führung. Wir sind hier jemandem, was das ist. Schon unterwegs. Feindeinheiten an Absturzstelle eingetroffen. Verstanden. Äh, Aime-Truppen sind hier. Ich bin gleich da. Das Landungschef hat einen Waffenschrank. Nutzen Sie ihn. Gut. Wenigstens haben Sie Waffen. Aime hat sie umzingelt. Nicht mehr lange. Retten Sie uns. Bitte. Schalten wir sie aus. Niemand mehr da. Ha. Was für ein Jammer. Was für ein Jammer. Was für ein Jammer. Was für ein Jammer. Ich bin hier. Ich bin hier. Was ist das? Das war's für mich. Das lief nicht ganz wie geplant. Das tut es nie. Und Jarvis, ist meine Bezahlung da? Soeben, eine größere Überweisung. Soeben, eine größere Überweisung. Soeben, eine größere Überweisung. Soeben, eine größere Überweisung.